Schön, dass ihr bei 7 Days to Die wieder mit dabei seid. Ich warte ja nicht immer noch, bis er fertig mit schmelzen will. Den einen hat er ja gleich fertig, dann packe ich den 5er rein und den Rest kann man hier erstmal hier mit zubacken. Kann man ja später noch einschmelzen. Hauke ich mal hier unten hin. Wohl, ich möchte hier schon gerne weiter machen. Ich hätte zwar auch gerne das Lehm noch mit drin, aber gut, er hat erstmal ein bisschen was an Lehm. So, der ohne ist gleich weg. Sehr schön, den kommt jeder noch mit drin. Leben los, ich muss ihn erstmal einstecken, das packe ich dann nachher dazu. Wir müssen dringend. Also wie gesagt, ich werde die eine für Messing nehmen, die eine Seite, die andere Seite für Blei. Da brauchen wir wirklich keine Acht, das ist vielleicht übelst übertrieben. Aber hier haben wir noch ein bisschen Zeit, zum Glück. Die beiden Räume, da sind ja soweit auch fertig. Der Gang ist soweit fertig bis auf die Rückwand, die machen wir aber noch. Und hier, das passt soweit auch. Wie gesagt, das hier vorne bleibt das geschmiertes Eisen, das Stahl. Und hier werde ich das so machen. Hier kommt den Halt Messing hin, da kommt den Blei hin, das reicht. Dann braucht man das hier nicht so übelst übertreiben. Das macht den Raum hier hinten eigentlich völlig überflüssig, weil Stein möchte ich gerne oben lassen. Das heißt, das kommt hier einfach nur zu. Und dann ist der Raum hier fertig. Wunderbar. Hier werde ich wahrscheinlich so eine Art Waffenkammer hinbauen. Der Vorschlag ist sehr, sehr gut. Dann muss ich bloß mal gucken, wie ich so ein bisschen macht. Tresore oder sowas rein. Und da dann heute eine große Küche oder sowas. Mal gucken. Die kriegt man ja versteckt, die Kisten. Das ist ja nicht das Problem. Deswegen kümmere ich mich jetzt erst mal hier so ein Biesli den Raum auszuholen. Und denen mache ich mir Gedanken darüber, wie ich so ein bisschen eine Waffenkammer baue. Das ist ja auch noch so eine Sache. Vielleicht kommt da ja, wie es aussieht, auch noch ein bisschen Blei bei rum. Wäre ja schön, ne? Wohl bis jetzt. Das ist Kohle, ne? Das ist Kohle. Aber Blei ist ja auch mitzwischen. Musste ja jetzt nicht allzu groß werden. Aber zumindest so ein bisschen. So, ich glaube, das reicht schon. Ejo, das dürfte reichen. Müsste bloß ein bisschen höher und ein bisschen breiter, ne? Ich glaube, das reicht aber auch schon an der Höhe. Bloß hier neben halt noch. Ja, also das hättest du auch noch machen können, mein Freund. Das lädste Stück. Mal gucken, wie das näher aussieht mit der Höhe. Ja. Da schießt der mal wieder zu weit. Okay, so breit kann ich es gar nicht machen. Boah, hier ist ja schon die Wand des Flurs. Okay, aber gut, das reicht. Das reicht eigentlich auch. Wie gesagt, das hier soll eine kleine Waffe kommen werden. Wo ist auch der Träder? Oder die Waffen haben oben wieder gegengeschossen. Das kannst du auch haben. Gibt zumindest noch ein bisschen Blei. Gut, hier kommt er in der Mauer hin. Da reicht. Der Fize muss natürlich noch weg. Genau. Wasser muss noch ausgetauscht werden. Ich glaube, da sind oben wieder die Schreierinnen unterwegs. Wie sich dann anhört. Die dürften aber eigentlich automatisch erschossen werden. Was habe ich denn hier gemacht? Boah, ist eine berechtigte Frage. Der zu groß muss ich gar nicht wählen. Zwei, dann mache ich den da auch noch. Zwei, dann passt halt auch. Da brauche ich einen kleiner Raum. Eine kleine Waffenkammer. Waffenkammern waren ja nur nicht riesig. Was wird denn jetzt vor Ort weg? So mal ein kleiner Raum? Yo, gut. Hier müssen wir dann noch zwei in diese Richtung. Und dann passt das. Sehr schön. Ah, muss eine höher. Gut. Yo. Aber hier auch noch mal. Sehr schön. Wunderbar. Womit das hier so langsam mal alles fertig wird. Hier unten noch einmal weg. Und ich glaube, den habe ich auch einigermaßen gerade. So, ein bisschen Stein gibt es dann auch noch mal. Beschweren kann man sich da auch nicht. Auch wenn wir es jetzt nicht so dringend brauchen. Aber man kann es eigentlich immer irgendwie gebrauchen. So, die Egel muss noch weg. Den Postert und Dorn noch mal so ein bisschen. Alles klar. Gut, die Decke muss wieder so weg. Ich glaube, so hundertprozentig gerade bin ich nicht, aber das werden wir gleich sehen durch die Blöcke. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe noch welche. Ich weiß gar nicht, wie viele ich verbraucht habe. Was ist das denn nochmal? Irgendwie... Irgendwie bin ich hier schief, ne? Irgendwie jo. Okay, aber auf jeden Fall, das Stück muss noch weg. Gut, den Dorn noch mal lang. Dorn. Das ist furchtbar, ne? Dass man das hier immer so schlecht sieht. Aber irgendwie... Also, das ganze Stück hier ist zu viel. Oder? Ich glaube, ja. Ja, jetzt habe ich es. Wunderbar. Ah, das reicht ja schon von der Größe her. Größer muss der Raum gar nicht. Das reicht voll und ganz. Wie viel? Oh, immerhin 1793. Sogar 1300 Kohle. So viel Wurstchen sind es nicht. Aber es gab ein bisschen. So, ich hole jetzt erstmal die Blöcke. Hier, ich weiß nicht, warum hier ehrlich gesagt ein Frame drin ist. Ich habe keine Ahnung, aber... Da müssen eh Blöcke rein. Gut, die muss ich jetzt bloß erstmal holen. Ich hoffe, ich habe noch welche. Ich weiß das gar nicht. Doch, wen haben wir jetzt sehen? Daraus hat wahrscheinlich eine Schreierin rumgewütet, die hoffentlich tot ist, weil ich höre nichts. Also, muss sie ja tot sein eigentlich. Es sei denn, die hat sie irgendwo reingeschlagen und ran erledigt. Aber dann müsste man sie gar nicht trotzdem hören. Oder? Ja, hören tue ich aber nichts. Ja, siehst du mal. Wo war die? Mal den kann ich hier auch einmal kurz... Den Rest reinzimmern. Hier, dort kann wieder rin. Das Lehmkorn wieder rin. Den kannst du in Ruhe weiter schmelzen. So, die Blöckchen. Die Blöckchen. Hier sind ein paar... Ist das alles, was ich am Blöcken habe? Echt jetzt? Ich meine, ich hole da mal mehr. So, hier kommen auf jeden Fall erst mal die Gole rein. Das Blöckchen mit rein. Das ist nicht viel, ne? Na, ah, okay, gut. Ich dachte gerade, ich dachte gerade. Hab schon Panik bekommen. Meine geliebten Betonblöcke. Die können doch nicht einfach ausgehen. So, weiter geht's hier unten. Damit wir hier weiter kommen. Da muss ich mal gucken, wie man den Waffenkorn mal am besten baut. Ich meine, normalerweise hätte ich so gerne auf altmodische Ritterart. Mit Waffenständern und so weiter und so krumm. Dann ist natürlich in Seven Days so nicht möglich. Aber vielleicht mit Tresuren oder so. Mal gucken, da fällt mir schon was ein. Erstmal. So, hau ich hier jetzt die Blöcke rein? Jetzt muss man ein bisschen vorsichtiger, damit er mir da nicht wieder zu weit guckt. So. So, ich muss einhören. Jo. Das ist sehr schön. Wunderbar. Zack. Den Wert, die Wunden nämlich schon mal perfekt. Sehr schön. Degel mache ich auch noch. Ja, das reicht von der Höhe. Höhen muss es gar nicht. Das reicht voll und ganz. Jetzt oben erstmal hier müssen denn die Wände rollen. Jetzt sieht man es wahrscheinlich gleich wieder ganz, ganz schlecht. Oder? Ah. Ich habe das Gefühl, ich bin hier sowieso schon schief. Beuße ist aber nicht. Ich zimmere jetzt erstmal oben hin. Irgendwie hobbe ich mich das Gefühl, ich bin hier komplett schief. Kann natürlich auch sein, dass ich mich mal wieder täusche. Oh, oder? Oh, ja. Ist gerade. Okay. Jo. Den do noch mal lang. So. Das mache ich hier auf jeden Fall noch fertig. Und die Großküche, da muss ich auch mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man ein Herd oder sowas bauen kann. Hätte ich gerne so eine große Herdinsel in der Mitte und so Kram. Das ein bisschen aussieht wie im Hotel oder im Restaurant. So eine Küche. Ja, das Brosti Degge machen wir gleich. Den müsste hier noch rin. Na? Ah, der springt immer so weit. Deswegen bin ich da jetzt so vorsichtig bei dem Blei. So, der fützt wieder. Das meine ich nämlich. Der springt da manchmal eh sofort weg. Keine Ahnung, habe ich den da irgendwie mal zu weit gebohrt oder so? Ich weiß es nicht. Sowieso höher, ne? Muss eine höher, ja. Und es wird ja nichts. So, und hier auch. So bin ich auf der richtigen... Ja, so bin ich richtig. Gut. Den hätten wir Divo und auch. Degge kommt gleich. Den fehlt nur noch das Stück doch. Aber immerhin gab es doch nochmal nebenbei ein bisschen Blei. Was wir jetzt aber wirklich brauchen. Also am Blei haben wir Mangel. So. Gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hoch genug ist. Wen wir gleich sehen. Den Divo nochmal. Wunderbar. So. Ähm. Hast du das? Ja. Ist die richtige Höhe, oder? Oder muss ich eine Höhe? Ich glaube, ich muss eine Höhe. Hey, warte mal. Irgendwann stimmt ja nicht. Hier habe ich die richtige Höhe. Bin ich hier oben schräg, oder? Ist das nicht. Oh, guck mal. Hier bin ich doch definitiv einen da unter. Aber auf der anderen Seite passt das. Hä? Habe ich mich da jetzt so verguckt? Ich glaube, die ohne Wand ist eins so hoch. Ja, gut. Das ist jetzt nicht woher der Schlieb. Dürfte nicht mehr auffallen, wenn die Dicke drin ist. Jo. Und die Dicke soll da doch rein, wo jetzt die Steine sind. Okay. Hier ist nicht schlimm. Kann prosieren. Hier holen mich die Dicke rein. So. Na. Du konntest doch jetzt nicht einfach so nachtrunken. Na. Du nochmal. So. Den gucken wir mal kurz. Zack. Ja, die Wand ist eins hoch. Na gut. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, ich mach das jetzt einmal kurz abwechseln mit der Spitzhage. Wohl. Die hat. Ja. Eine höhere Reichweite. Als der Bohrer. Warum auch immer. Die kommt aber definitiv ein bisschen wein. Und das dauert ja auch nicht wirklich länger. Ist besser als dieses Rumgehöbel hier jetzt. Das bringt hier auch nicht viel. Gut. Den haben wir ja gleich schon wieder nach. So. Da haben wir zumindest außen rum schon mal. Da ist das nur Kies, ne? Kein Blei, oder? Das ist nur Kies. Gut. Räume außen rumzimmern. Genau. Da füllt nur noch die Mitte. Die machen wir jetzt auch mit. Ja, da muss ich mal gucken. Hier soll es auch noch Lämpchen räumen. Aber das ist so immer schlecht zu zählen. Aber ich glaube, hier reicht auch eine Lampe in die Mitte. Hier müssen gar nicht so viele rein. Ist ja schließlich nur ein kleiner Raum. Irgendwie dauert das damit aber trotzdem länger, ne? Oder ich täusche mich. Kommt mir zumindest so vor. Als wenn das übelst leimsam. So. Den nochmal außen rum. So, dann hätte ich einen Vierer dann mit. Ah, das kriege ich gar nicht symmetrisch hin mit der Lampe. Ne, das sind nämlich vier Stück. Das ist natürlich doof. Aber vier Stück hier oben, das wird viel zu viel. Immer hier zwei nebeneinander, würde ich sagen. Zwar dann immer noch nicht ganz symmetrisch, aber zwei Stück nebeneinander. Und gut, erst. Das heißt, hier kommen noch Blöcke hin. So, und hier kommen dann einfach zwei Lampen rein, auch wenn eine gereicht hätte. Aber. So, das werden die Lampen. Das sieht sonst so unsymmetrisch aus. Das will ich ja nun auch nicht. Gut, und hier unten. Oh Gott, haben wir schon wieder Stein. Muss natürlich noch Fußboden rein. Da führt noch auch kein Weg dran. Oh Mann. Na ja, Kohle und Blei. Warum nicht? Blei auf jeden Fall. Gut, Kohle haben wir jetzt nicht zu dem Mangel. Aber Schaden kann es jetzt auch nicht. Es ist schon erstaunlich, dass obwohl wir so weit unten sind, immer noch Schreierinnen angelockt sind. Das war früher definitiv nicht so. Das hat sich geändert. So, dann holen wir hier einmal kurz die Blöckchen rein. Ja. Das kommt, weil der hier manchmal zu weit haut. Aber eh ist nicht schlimm. Hier, jetzt die Blöcke hin. Dann haben wir den Fuß von Out drin. Und dann mal gucken, Tresore und so. Da ist die Nacht. So. Ne, nicht da unten. Hier. Danke. Lassen wir da ein Lüftlöchlein. Sehr schön. Ist ja nicht so wie ein Minecraft hier, dass in Löchern irgendwas spawnen kann. Gut. Blei kam sogar noch mal ein bisschen raus. Kohle Aussch wird aber tausend. Da kommen dann die Lähmchen rein. Und. Ja. Mal gucken. Ich werde wahrscheinlich Tresore reinmachen. Das wird der Waffenraum. Ich brauche jetzt nur einmal kurz. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Den brauche ich hier erstmal wieder hin. Einmal kurz die Frames. Ich mache das hier schon mal für die Lampen fertig. Das machen wir jetzt allerdings mit der Spitzlage. Einmal hoch. So. Da genauso. Dann kommt hier in die Säule noch ein Block. Da ebenfalls. Den müsst ihr noch einmal weg. Genau wie der hier. Und da noch einmal. So. Und da natürlich auch. Da muss der hier drin. Darin. Genau. Und natürlich oben drüber noch einmal, wo der die Lampen rankommt. Wunderbar. Dahin. Dahin. So. Das Ganze muss ja nur noch Lampen rein angemollt werden. Und dann können sie da rein. Das passt. Ich meine, das symmetrisch sind sie nicht. Das ist klar. Eigentlich hätte ich den Vierer rein müssen, damit es symmetrisch ist. Aber das wird dann doch ein bisschen übelst doll. Geht leider nicht anders hier. Hier kommen die Tresoren. Den hätten wir den Raum nicht auch so gut wie fertig. Und hier soll dann die Großküche hin. Also hier soll es dann quasi später weiter gehen. Weiß auch noch nicht genau, wie ich dort mache. Aber hier geht es dann auf jeden Fall weiter. Irgendwie ist das hier auch. Versuch es hier gerade nur irgendwie ein bisschen gerade zu hauen. Das ist hier irgendwie so schief. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Irgendwie ja. Der ist noch zu weit. Ich glaube, so ist es jetzt erstmal. Naja. Gut. Hier müssen eh die Blöcke rein. Die Frage ist nur, wie weit geht denn der Raum? Also der Gang muss mindestens so lang wie der Raum, damit man die Dinger da gut versteckt kriegt. Oder das wird sonst schwierig. Ja, das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Dort muss erstmal trocken werden. Und das muss natürlich hier noch. Aber das Treppenhaus ist soweit fertig. Das muss eigentlich nur noch angemoldet werden. Und vielleicht ein paar Pflanzen rein als Deko. Denen passt das. Eigentlich. Ich packe das hier erstmal wieder ordentlich hin. Müsste der Gang eine ganze Ecke länger. Sonst geht das nicht. Sonst sieht das nicht aus. Müsste ich gleich mal gucken. Ist schwer zu sorgen. Ist jetzt gerade echt schwer zu sehen, weil hier halt noch die Blöcke fehlen. Weiß nicht genau, wie lang die Kissen hier gehen. Das muss zumindest so lang wie die Kissen. Damit man sie nicht sieht. Alles klar. Hier passt das. Alles klar. Hier ist in den Längen. Muss der Gang gar nicht. Sehr schön. Aber gibt es zumindest nochmal ein paar Steinchen. So, die Ecke muss auch noch. So, der Gang muss eigentlich nur bis hier. Das heißt, hier könnte man dann die Tür bauen für die Küche. So, aber ich glaube, hier muss noch ein bisschen oben weg. Ja, so. Ich glaube, das passt. Ja, das passt. Okay. Nur die eine Schicht hier noch. Gut. Den nimmt. Na, kommt. Das noch. Danke. Ah, das muss aber auch. Sonst ist es ja schief. Passt das so? Glaube ja. Dann kann man das hier mich einfach mit anmalen. Dann bleibt das hier gang. Jo, so geht das. So geht das. Gut, hier unten müssen wir natürlich auch noch Blöcke rein. Das ist klar. Das wäre in der Fußbogen. Gut. Auf jeden Fall können wir uns nicht über Steine beklagen. Das ist definitiv nett. Ich glaube, Beton habe ich auch noch genug. Ich werde wahrscheinlich noch mal neue Blöcke ansetzen müssen, aber ansonsten. Was ist das? So, E ist noch ein bisschen hierhin. Genau, Dunge. Die können wir auch mal reparieren. So. So, das hier wird angemeldet. Und hier oben müsste dann so die Schräge ran, wenn ich mich nicht täusche. Oh, Demo. Da haben wir diese gewählten Dinger genommen. Nee. Die da. Genau. Die einfach da so vor, ne? Jo. Mehr ist es nicht. B ist hierhin. Genau. Und das Ganze. Aber ich glaube, hier muss was ein weiter rein, wenn ich mich nicht täusche. Oder? Das sehe ich gerade so schlecht. Nee. Nee, das passt so. Ach. Hä? Nee, ist richtig. Das sah gerade so aus, als wenn der eine... Okay. Hier muss definitiv, oder? Ah. Okay. Boah, wieder ein Große Feedback. Kannst du sagen. Nee, passt so. Passt so. Sehr schön. Dem wird das hier bloß ungemäult. Dem sieht man die Kissen auch, nennen wir. Aber hier muss definitiv einmal kurz ringgebohrt werden. Dann müssen wir hier auch noch blöde geräuen. So. So. Dann passt das hier auch alles. Sehr schön. Und natürlich noch einmal unten lang. So. Wunderbar. Einmal die Wand langziehen und dann ist der Gang auch fertig. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Wie gesagt, wenn das näher ungemäult ist. Ich muss mal gucken, wie ich das hier mit dem Licht mache. Hier ist ja ein bisschen schlecht oben mit dem Licht rein. Das wahrscheinlich irgendwie in die Säuten. Gleich unten lang oder so. Mal gucken. Und das hier wird dann quasi der Eingang zur Grußraumküche extra für den Bunker. Also hier würde quasi die Tür reinkommen. Nee, passt das nämlich auch. Quasi der Raum wird denn hier so an der Seite weitergehen? Oder auch nicht? Wollte mal. Da ist noch die Wand. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Dann kann man hier so eine Aussparung machen. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. So dekomäßig auch ein bisschen was hermachen. Wo man denn später Pflanzen oder so hinstellen kann. Ja, das könnte man machen. Und dann dahinter noch ein bisschen breiter. Jo, das müsste gehen. Das müsste gehen. Also müsste der ganze Raum quasi einfach nur ein Tegli größer. Man, der Raum wird sowieso groß. Aber ich meine jetzt den Eingang. So. Die Ege noch mal weg. Quasi hier in so einer Aussparung. Da dann weiter. So heißt das Ganze würde hier so bleiben. Aber hier dann später noch weitergehen. Sieht man gerade ein bisschen schlecht wie in den Stein. Hier müsste eigentlich Beton. Wie auf der anderen Seite auch. Genau. Das mache ich mal kurz schnell. Zack. Jo, hier müsste dann auch nochmal Beton hin. Und hier wäre es dann das gleiche wie da, ne? Gut, die ohne Ecke hier. Die muss definitiv Beton hinter. Sonst sieht man es ja. So. Den müsste hier unten nochmal Beton rein. Dann sagt man zumindest die Tür schon mal. Der Raum selber wird ja größer. Wunderbar. Ja, so passt das, ne? Genau. Und der Raum selber wird dann hier später an den Seiten weitergehen. Der soll ja eine ganze Ecke größer werden. Also quasi müsste ich hier ja auch. Das sieht ja sonst nicht aus. Noch mal ein Eckchen weiterbohren. So. Damit es zumindest genauso groß ist wie auf der anderen Seite. Ja. Gut, dann haue ich hier schon mal nur wegen der Orientierungshalber den Fußboden rein. Damit man es besser sieht. Sehr schön. Steunemäßig haben wir definitiv erstmal kein Problem. Genau. Das hier so ein bisschen um die Ecke weitergeht. Ich meine, der Raum selber. Hier kommt wahrscheinlich noch mal eine Wand hin. Genau wie da. Und dann wird der Raum so ein bisschen zusammenfächert. Das Ganze muss natürlich etwas höher. Das ist klar. Aber eins hat den anderen der Mut. Mal gucken, wie ich... Vielleicht brauche ich auch so schräg ein. Dass es hier so schräg rüber geht. Geht ja auch. Deswegen wird es wahrscheinlich hier blöd aussehen. Aber mal gucken, wie ich das am besten mache. Da fällt mir schon was ein. Hier kommt die Waffenkammer rein. Der ist soweit fertig. Bis auf da hinten das Loch in der Wand. Das muss noch gestopft werden. Aber den hast du es. Sehr schön. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Wer weiß, was die da rumrondeliert haben. Da haben wir Garantätbesuch gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Siehst du? Ich höre es da schon. Die knüppeln gerade gegen die Tür. Hier oder da? Hier. Mädel. So. Gerufen hattest du nichts, ne? Bö. Doch. Okay. Okay. Warte, warte, warte. So geht das nicht. Ich muss die hier weglucken. Hm. So, Jungs. Bleib liegen. Nur der eine? Das glaube ich nicht. Ne. Definitiv nicht. Hier knüppeln noch mehr rum. Na, wo seid ihr, Jungs? Au. Ihr seid... Du bist definitiv nicht der Einzige gewesen. Garantiert nicht. Auch wenn ich gerade keine Experten mehr sehe. Ich höre ein. Ich höre mit ziemlicher Sicherheit ein Zombie. Ja, siehst du. Okay. Der hat sich wohl gerade erledigt. Alles klar. Aber, wo hört denn ein Level ab? Sehr schön. Hier habe ich ja schon Olles. Ja. Prima. Ähm. Hier. Habe ich auch Olles Wichtige, ne? Laufen und Schießen habe ich voll. Anderes Welle habe ich voll. Leichte Rüste brauche ich nicht. Parcours will ich nicht höher. Bogenschießen, Tiefe Wunden. Habe ich echt Olles Wichtige. Hier ist geskillt. Oh, hier ist Olles Wichtige. Bis auf Chefkoch. Chefkoch will ich aber nicht. Da war ich wohl, ne? Präzisionsschütze. Bringt wahrscheinlich nicht viel, aber... Rinder. Alles klar. Denn Game Stage immer noch 376 ist gar nicht gestiegen. Okay, aber Level sind wir 184. Passt doch. Gut. Gut, gut. Den haben wir die Herrschaften auch erledigt. Eos wird immer noch fleißig dabei. Ja gut, der schmilzt gerade den Rest hier ein. Das kann er aber gerne tun. Oh, genau so. Oh, du bist doch mit Sicherheit. Naja gut, du hast noch ein bisschen Lame zu schmilzen. Aber das ist jetzt auch nicht so viel. Den wir hier erstmal aus. Gut. Steine wird jetzt wahrscheinlich ein leichtes, dezentes Problemchen. Der Sohn, der Dekon da mit drin. Aber ich muss noch was gucken. Nein, aber... Alter, kloppt der hier auf die Kisten. Oh, hier hatte ich die Blöcke rausgeholt. Ne, ich will definitiv noch einmal Sand ansetzen. Das kann er jetzt auch machen. Ähm, oh, Kipslock wieder an. Gut. Wunderbar. Hier, oh, da auch schon Sand. Das ist sehr schön. Sand kann man aber nicht genug haben. Da ist ein bisschen Beton. Hätte ich gebrochen, nehme ich die 6000 Beton jetzt erstmal raus. Ich mache die nochmal zu Blöcke. So, die kannst du gleich vordermachen. Und du, mein Freund, kannst noch einmal Sand ansetzen. Oder, warte mal, Sand können wir auch nicht ein bisschen mehr machen. Kiste ist nämlich voll. Wie viel Sand kriege ich denn hin? 10.000? Mehr geht ja nicht, ne? Ja, gut. Aber das geht nur bis 6000. Also, kannst du heute noch mal... Wieso geht das hier jetzt nicht in Höhe? Wieso springt der jetzt immer wieder auf 1000 zurück? Kannst du mir das mal verordnen? Und wenn ich selber reinschreibe? 10.000? Geht auch nicht? Warum nicht? So zählt er Höhe, aber... Er spinnt gerade rum. Okay. Keine Ahnung, warum. Und wenn ich 6000 eingebe? Das geht, okay. Den muss heute noch mal 6000 dazu. Ich meine, reinpassen tut das. Das stapelt ja immer bis 6000 hoch. Den musst du noch mal 6000. Und nochmal. Das passt definitiv. Sehr schön. Noch mal ein Brosteinchen über. Da haben wir wirklich erstmal genug Sand. Ja. Passen tut das alles. Definitiv erstmal keine Sandprobleme mehr. Das drin. Das drin. Dort bisschen bleiben wir erstmal hier mit drin. So. Die Kohle genauso. Die hebe ich mir erstmal auf. Du kommst erstmal wieder nach unten. Du kommst da hin. Und die restlichen Steine, die passen hier nicht mehr. Die bringe ich rüber in den Notreserve-Bereich. Alles klar. So. Bisschen Zeug bis zu hohe. Der haben wir ja noch. Aber allzu viel ist das nicht mehr. Einen Tag noch. Den muss ich mich wirklich jetzt demnächst erstmal beschäftigen. Tresore. Ja. Gucken, ob man eine Hände machen kann. Und so weiter. Den kloppt dann alles. Zement. Ja. Äh. Äh. Beton. Ne. Äh. Stein. Genau. Ne. Das ist wo Stein? Hier ist Stein. Stein. Gut. Wir haben dezent ein bisschen Stein. So ist es ja nicht. Klein Notvorrat. Aber froh, die sind wir erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's dann weiter. Bye, bye. 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 Bye.